Dann auf der Wand 5, da steht der Runde der deutschen Mannschaft, der NDR Berlin-Volksmacht. Auf der Wand 6, 22 Jahre, im vergangenen Jahr verlegt er den 2. Klass-Bund, LHC-Könnungsmützchen, René Bauschinger. Auf der Wand 7, der Titel verzeichnet 6 Mal. Das war ein paar Dörstern-Ruden-Schlosser, Achtung, da hat er noch mal ein Ding ausgelassen. 20 Meter, 38 Meter. Achtung, der Petersen unterwegs. Und der 6. von Petersack. Was macht der Leipzig, ey? Was ist spannend? Da hat der Komponente aus, das war es lief, meine Damen und Herren. Es geht nicht, wie er sagt. Wir sind gespannt auf die Leipzig. Im 6. von Vorwürdigstück. Im 6. von Vorwürdigstück. Im 6. von Vorwürdigstück. Im 6. von Vorwürdigstück. Im 7. 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 von Vorwürdigstück. Im 8. von Vorwürdigstück. Untertitelung des ZDF, 2020 Kommt auf!